...auf die Festung bringt und der bunten Märkte. An der Straße auf dem Weg nach Norden... ...ein Viehmarkt. Tausende Rinder wechseln hier den Besitzer. Sind dafür extra schick gemacht. Nun genutzt als luxuriöses Hotel... ...mit fürstlichem Empfang für zahlungsfähige Gäste. Der Palast der Winde. Von dessen Fenstern die Frauen des Maharajas die Straßenfeste beobachten durften. Jaipur, die Stadt der Roten Häuser. Und der bunten Märkte. Im See unterhalb des Schlosses von Amber. Schließlich sollen nur saubere Dickhäuter die Besucher auf die Festung bringen. Wo bereits die Affen waren. Kunstvolle Mosaiken. Und fester. In der alten Wehranlage. Schuss, schuss, schrter. J sounded... in der Verkaufel. Janine K сопleras. Tschüss. Bir